In diesem kurzen Video erfahren Sie, welche Ziele das Usability-Testing verfolgt und wie Sie von dem Usability-Testing profitieren, welche regulatorischen Anforderungen Sie dabei erfüllen müssen und wie wir vom Jona-Institut Ihnen dabei helfen können. Sie als Medizinproduktehersteller werden alles dransetzen, die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten und Risiken soweit irgend möglich zu reduzieren. Das ist ja nicht nur Ihre gesetzliche, sondern auch Ihre ethische Pflicht und Sie wollen auch Ihr Unternehmen nicht in Gefahr dadurch bringen, dass Ihre Patienten zu Schaden kommen. Laut FDA werden die meisten Schäden nicht durch ein technisches Versagen der Produkte, sondern durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit verursacht. Deshalb wollen und müssen Sie diese Gebrauchstauglichkeitsprobleme im Griff haben. Gebrauchstaugliche Produkte sind ja die Produkte, per Definitionen, mit denen Ihre Anwender die Aufgaben schnell und korrekt erreichen können. Daher sind gebrauchstaugliche Produkte auch die im Markt erfolgreichen Produkte. Noch aus einem anderen Grund wollen Sie durch U-Di-Usability-Test die Gebrauchstauglichkeit Ihrer Produkte frühzeitig, am besten gleich zur Entwicklung z.B. in einem Prototyp, sicherstellen. So vermeiden Sie nämlich unnötige, teure und zeitaufwendige Nachbesserungen. Time-to-Market ist mehr denn je der Schlüssel zum Erfolg Ihrer Firma. Dass die Usability-Tests regulatorisch gefordert sind, ist sicher ein weiterer Grund. Aber für mich sind die anderen Punkte mindestens genauso Motivation. Apropos Regularen. Die Regularen interessieren sich nicht für ihren Markterfolg. Die Regularen fordern aber unmissverständlich, dass sie die Risiken durch mangelnde Gebrauchstauglichkeit kennen und beherrschen müssen. Und das müssen Sie nachweisen. Typischerweise durch Usability-Tests. Bereits die Medizinprodukte-Richtlinie erwähnt explizit, dass bei der Risikoanalyse die Gebrauchsumgebung und die Anwendercharakteristiken betrachtet werden müssen. Die Normen, insbesondere die IEC 62.366, aber auch die FDA mit ihren Human Factors Guidance Dokumenten, beschreiben genau, wie man hierbei vorgehen soll. Beide setzen voraus, dass eine Zweckbestimmung vorliegt, die die Gebrauchsumgebung und die Anwender spezifizieren. Also da geht es um Dinge wie Umgebungsfaktoren, zum Beispiel Helligkeit oder mentaler Stress, aber auch um sprachliche und kulturelle Eigenschaften ihrer Anwender. Für das Produkt müssen Sie dann für jedes sogenannte Benutzungsszenario die Risiken identifizieren. Wenn ein Benutzungsszenario als sicherheitsrelevant klassifiziert wird, dann muss es beim Usability-Test auch berücksichtigt werden. Um die Risiken zu minimieren, wird man Anforderungen an die Benutzer-Produktschnittstelle spezifizieren und dann bei der Implementierung hoffentlich auch umsetzen. Dass diese Anforderungen geeignet waren, die Gebrauchstauglichkeit, also die Usability wirklich zu gewährleisten und damit die Risiken zu beherrschen, das gilt es jetzt noch zu beweisen durch die Usability-Tests. Während früher die Regularien die Bewertung in Verifizierung und Validierung aufgeteilt haben, unterscheiden sie heute die formative und summative Prüfung oder Bewertung. Die formative Prüfung ist die entwicklungsbegleitende Prüfung, wie gesagt, zum Beispiel gleich zu Beginn der Entwicklung mit einem Prototyp. Hingegen die summative Prüfung ist die abschließende Bewertung, meist eben in Form eines Usability-Tests. Die Usability-Experten vom Jona-Institut unterstützen Sie dabei, eine FDA oder eine IEC 62366-konforme Gebrauchstauglichkeitsakte zu erstellen. Wir beantworten Ihre Fragen, beispielsweise über unser Micro-Consulting oder in den Videotrainings des Audit-Garants. Diese Videotrainings enthalten übrigens auch fertige Templates für eine Gebrauchstauglichkeitsakte. Wenn Sie wünschen, rekrutieren wir für Sie die Teilnehmer. Ärzte, Pflegekräfte, Techniker, was auch immer Sie benötigen. Wir rekrutieren diese Teilnehmer gerne auch in den USA. Das macht auch meist Sinn. Zum einen sind nämlich die Rekrutierungen in den USA und das Usability-Testing überraschenderweise kostengünstiger. Das liegt unter anderem daran, dass es dort einen höheren Wettbewerb gibt und das Usability-Testing ja schon fast Commodity ist. Zum anderen fordert auch die FDA US-Residence als Teilnehmer, als Probanden. Wenn Sie also auch den US-Markt im Blick haben, warum wollen Sie dann zweimal prüfen? Wir stellen oder prüfen für Sie die Validierungspläne und führen für Sie die Usability-Tests aus in Deutschland oder in unseren Labs in den USA. Von Anfang bis Ende, Sie müssen sich wirklich um gar nichts mehr kümmern. Diese Usability-Labs können Sie auch über uns mieten. Beispielsweise Labs, um Arztpraxen, Krankenhäuser, Intensivstationen, Rettungswägen oder andere spezielle Gebrauchsumgebungen zu simulieren. Gleich welche Form der Unterstützung Sie wünschen, um schnell und kostengünstig zu einer gesetzeskonformen Usability-Akte zu kommen und so Ihr Produkt rasch vermarkten zu können, melden Sie sich bei uns, sei es über das Kontaktformular, per Mail oder per Telefon. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf.